Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Projekt Unraid Server. Im letzten Teil haben wir uns das Mainboard angeschaut und waren sehr beeindruckt vom Funktionsumfang, gerade vom Zubehör, was bei solchen Boards immer sehr stark vertreten ist. Aber heute reden wir über eine Komponente, die man aufs Mainboard draufstecken muss und dabei handelt es sich um den Arbeitsspeicher. Tja, hier haben wir uns bei G-Skill umgesehen und, denke ich mal, sehr, sehr schönen RAM gefunden. Mehr dazu nach dem Intro. Arbeitsspeicher ist in einem serverartigen Computer natürlich sehr, sehr wichtig und muss auch in Hülle und Fülle vorhanden sein. Gerade weil wir mit Unraid OS arbeiten wollen, ist RAM natürlich sehr, sehr wichtig, da wir ja zum Teil mit parallel laufenden virtuellen Maschinen arbeiten wollen. Aus diesem Grund habe ich mich natürlich beim Prinzip nicht kleckern, sondern klotzen umgesehen und habe acht Module besorgt. Die schauen wir uns jetzt an. Besorgt habe ich mir dabei nicht eins, sondern zwei Quad-Kits von G-Skill Trident Z Neo RGB-Speicher. Nach 128 GB Speicher sind das hier in meiner Hand, zweimal 64, verteilt auf acht Module. 3600 MHz haben die Dinger mit einer Latenz von 18. Ist, denke ich mal, die Standard-Latenz. Man muss auch bedenken, die 299er-Plattform ist schon ein bisschen älter und verträgt noch nicht die ganz straffen Timings. Also 3600 CL14 zum Beispiel habe ich bei keinem einzigen Video gesehen zu der CPU. Das, was ich gesehen habe, war CL17. Das lief, also habe ich gedacht, okay, CL18 wird passen. Dementsprechend sind wir damit, denke ich mal, auf der sicheren Seite, dass das alles kompatibel ist. Um mal vom Preis zu reden, da fängt es schon wieder an mit den Schmerzen, Freunde. Pro diesem Paket, das muss man also mal an zwei Rechnen, zahlt man in etwa 400 Euro. Ja, das heißt, wir sind hier beim RAM bei geschmeidigen 800 Flocken. Ist schon ein bisschen schmerzhaft, muss man sagen. Aber von G-Skill RAM ist man sehr, sehr gute Langlebigkeit gewohnt. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass man da in der Hinsicht keine Probleme mitbekommen kann. Ich habe seit Jahren G-Skill Arbeitsspeicher im Einsatz. Mir ist nicht ein einziges Modul von denen jemals kaputt gegangen. Und das mag schon was heißen. Ich lege mein vollstes Vertrauen in die G-Skill Module. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal eins dieser Pakete auf und schauen uns ein Modul in der Nahaufnahme an. In der Box befinden sich noch zwei weitere kleine Pakete, in der jeweils zwei Module enthalten sind. Und das hier ist jetzt eins davon. Das gucken wir uns mal ein bisschen näher an. Wir haben hier schon direkt die Module. Die kann man mal ein bisschen näher ranholen. Auch die glänzen wieder wie verrückt, weil wir natürlich hier auch wieder Plastik haben. Viel zu viel Plastik. Um das auch nicht unerwähnen zu lassen, in der Verpackung befindet sich jeweils noch dieser komische G-Skill Aufkleber mit einer Register Your Product und der typische rote Sticker von G-Skill, den man sich ans Häuser kleben kann. Wie auch immer. Das werde ich vielleicht sogar machen. Habe ich bei anderen PCs zum Teil auch gemacht. Ist fast schon typisch bei mir. Zum Design, Freunde, gibt es denke ich nicht viel zu sagen. Ich meine klar, Design ist pure Geschmackssache. Aber ich finde das schon unfassbar sexy. Also ganz ehrlich, die normalen Trident Z-LGB haben mir schon riesig gefallen. Aber diese Neo mit diesem schwarz-silbernen Look, das ist schon unfassbar geil. Jetzt mal ganz ehrlich. Vielleicht vielleicht auch noch mal ein paar Nahaufnahmen davon drehen, die wir euch jetzt wieder einblenden. Und ja, viel mehr gibt es dann aber auch gar nicht zu sehen. Jetzt seht ihr vielleicht noch mal diese Passé. Aber ansonsten würde ich sagen, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Finde ich sowieso das Schlimmste bei PC-Tail, wenn man es anfasst und dann ist es so verschmiert. Dann kriegst du es nie wieder weg. Darf man eigentlich gar nicht anfassen. Und perfekt, meine Kamera sagt überhitzt. Cool, die eine Kamera hat sich verabschiedet. Ich hoffe aber natürlich, dass die die Aufnahme jetzt noch gespeichert hat. Wäre natürlich jetzt eine richtige Belastung. Wenn nicht. Jedenfalls die Kamera ist noch da. Deswegen würde ich das Video jetzt erstmal von hier beenden. Die Kamera muss jetzt mal abkühlen. Auch die Kamera ist, glaube ich, sehr, sehr heiß. Oh ja. Wir haben ja auch 27,4 Grad gerade im Zimmer. Das ist mega heiß. Aber ich konnte das Fenster nicht auflassen, weil es draußen laut ist. Und ich schnell diese Videos drehen wollte. Aber jetzt muss ich erstmal warten, bis dieses Scheiße blatt kühlt. Jedenfalls hier lassen wir nochmal die Module hier. Acht Stück davon haben wir. Wir werden eine Vollbestückung machen von dem System. Quad Channel werden wir dann dementsprechend laufen lassen. Und somit haben wir auch beim Arbeitsspeicher eine sehr, sehr solide Grundlage für unser System. 128 Gigabyte ist das reich für alles. Da kannst du eine Windows-VM drauflaufen lassen, womit du halt schneidest, wie ich es jetzt gerade mache. Kannst du 64 Gigabyte geben. Dann kannst du noch eine Gaming-VM aufmachen mit 16 Gigabyte. Dann kannst du noch ein PC aufmachen, nochmal mit 16. Ja, also da kannst du dann drei, vier Systeme gleichzeitig laufen lassen, wenn du da Bock drauf hast. Und genau das wollte ich ja. Ich wollte mir die Möglichkeit schaffen, rumzuexperimentieren mit Sachen, die ich jetzt aktuell schlichtweg einfach nicht machen kann. Mein jetziger Server hat by the way 64 Gigabyte, auch auf acht Module verteilt. Reicht für die meisten Sachen. Aber mein Videoschnittsystem hat so gesehen dann quasi auch nur 32 aktuell zugewiesen. Und da gerade jetzt bei den 4K-Vlogs werde ich dem jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen mehr zuweisen müssen, weil das sonst echt Probleme gibt. Für 4K-Videoschnitt sind 32 Gigabyte meiner Meinung nach schon lange zu wenig. Aber von diesem Video soll es das jetzt gewesen sein, bevor die Kamera mir auch noch abschmiert, weil sie zu warm wird. Ach, Sommer halt. Sommer ist keine gute Zeit, Videos zu produzieren. Aber ist egal, Freunde. Das war's. Der RAM ist damit auch enthüllt. Und ich würde sagen, lange wird es zu schauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aus diesem Grund habe ich natürlich wieder nach dem Prinzip kleckern. Genau, kleckern statt klotzen. Mal richtig schistig anzufassen, ey. Man will ja nicht dreckig machen oder so. Michael Mal quindi? Michael